all right denn da sind wir wieder let's go mit metallica live in mexico city siegen destroy das fabne finde ich auch sehr sehr gut mit den sombrero und ja wir haben letzten video und die performance auch von der ersten mexico show king nothing uns angeguckt war wie gesagt wie im letzten video ein sehr sehr eine sehr sehr geile performance und ich denke mal ziehen das war jetzt noch ein drauf und ja dann bin ich mal gespannt was dann demnächst kommt von der zweiten und von der dritten und von der vierten mexico show die letzten shows von der von dieser tour von metallica 2024 so so ich denke mal ihr habt alles nur deswegen let's go mexico city sick and destroy oh yeah okay so one of my favorite albums it's uh it's square it's got it's got a hammer it's got a hammer on the front and it's got a blood there's this hand like behind it you know what i'm talking about oh i can't remember what's it called oh yeah kill em all can i borrow it all right yeah oh do you need to hear something from kill em all wow wow that's amazing got it go let's do it again see hat euch ganz gut fest der ist jetzt richtig los Oh, sick! Skating the scene in Mexico City Looking for you to start up the fight Is it evil? Be it in irate? Ain't nothing new, you know I'm trying to stay On our way to a pain without the death On our way to a pain without the death Oh, sick! Seek and destroy, sick! Who does? Sick! Give it to me! Sick and destroy! Sick! Seek and destroy! Das war's. 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 Oh ja, das ist gut Ja, was will man dazu sagen Mexico, you are fucking awesome Awesome crowd Super geiles Publikum Gute Stimmung Geile Performance Einfach wunderbar Einfach wunderbar War auch immer schön Zu sehen, dass das Publikum Echt Spaß hatten Wurde ein bisschen gemarscht War super Einfach schön Einfach das zu sehen Das ist einfach schön Und egal ob alt oder jung Jeder war herzlich willkommen Bei dieser Show bestimmt Ja Mehr will ich auch jetzt nicht mehr dazu sagen War wie gesagt von vorne bis hin Eine geile Performance Gute Stimmung Mexiko halt Mexiko Ist fucking awesome Metallica natürlich auch So Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video Ich bin gespannt, was danach kommt Ich kann mir sehr gut vorstellen Heute haben wir den 4. Oktober Ich kann mir sehr gut vorstellen Wie jedes Mal Wenn ich auf Aufnahme beende drücke Das Video überarbeite Und es hochlade Kommt ein neues Metallica Video Ach nee Also Nicht wundern Wenn jetzt Ein Metallica Video Online kommt Und Ich reagiere Jetzt nicht sofort darauf Zum Beispiel Das ist jetzt hier Von zwei Tagen Weil ich einfach Nicht die Zeit hatte Und auch Du musst natürlich auch Bisschen Bisschen Und natürlich auch Bock drauf haben Zum Beispiel Nach einem harten Arbeitstag So Ja herzlich willkommen Zu einem neuen Video Wir gucken das uns mal an Und dann Sehen wir uns beim nächsten Mal Tschüss Nein Muss nicht sein Ne Gut Metallica Single Destroy Live in Mexiko Super Gut Dann wünsche ich euch noch Einen wunderschönen Tag Dann sehen wir uns beim nächsten Video Abo hinterlassen Daumen nach oben Und bis bald Ciao